Hey Max, ich bin gerade für ein Overnighter 275 Kilometer nach Rügen gefahren und habe verdammt Bock bei deiner Challenge schon im Start zu sein. Mein Ziel wäre es zu leiden, zu pushen und im besten Fall meinen persönlichen Rekord von 600 Kilometer zu knacken. Meine absurde Willenskraft und Motivation habe ich beim Bergsteigen mit 26 Viertausendern, Winterbesteigen und Free-Solo-Touren bewiesen. Jetzt wartet der Hobel. Erfahrungspunkte gebe ich mir 80 von 100 und auf Insta findet ihr mich bei Querfeldberg.